Ich sollte mich gar nicht um diese anderen Sachen scheren, um diese ganzen Gegner. Einfach Mühlen anhalten, das ist mein Ziel. Jetzt würde ich gerne... Jetzt würde ich gerne das Fernlassen. Und da kann ich einfach so rüber, oder was? Alter, ich habe keine Ahnung, was man hier machen muss. Ich versuche mal... Okay, da sind auf jeden Fall wieder... Oh, guck mal, man kann hier rüberlaufen. Lakshi, Lakshi! Ach, man muss diese Mühlen anhalten, oder was? Ich komme dich holen, ja? Das kann ich. Oh, es baut den Turm wieder auf. Kraft der nicht, ne? Kraft der nicht, Alter. Also entweder macht der das nicht, oder... Ich müsste mal gerne, wie oft ich den Typen treffen muss. Ein Sammel-Item, oder auch nicht. Was gibt's da oben? Ich glaube, ich muss einfach die Mühlen anhalten, Alter. Das ist noch eine einfachere Aufgabe. Das ist meine Aufgabe, Alter. So sieht's aus. Wir rennen alle da rüber, die Idioten. Wo ist denn hier so eine Mühle? Wo ist einer? So, Nummer zwei. Ich sollte mich gar nicht um diese anderen Sachen scheren. Um diese ganzen Gegner. Einfach Mühlen anhalten. Das ist mein Ziel. Und nicht... Und nicht... Äh... Anschießen lassen. Wenn das nicht das war. Und jetzt? Ich komme jetzt rauf zu dir. Du musst ich denn nennen? So, einmal nachladen. Ich muss hier irgendwie in den Turm bremsen, so es ist das süß. Wie komme ich denn hier rein, Alter? Ah, jetzt ist es auf... Müsst du den Typen umballern? Das ist ne super Geschichte. Alter, hier mit ner Pistel? Oh, wey. Das wäre natürlich ne mega Herausforderung. Allerdings nicht für mich. Aber da er wusste, was Elend bedeutet, konnte er sehen, dass die Götting es nicht war. Warum bist du traurig? Fragte der König. Die Götting antwortete... Ich wollte nie eine Götting werden. Achso. Meine Kindheit wurde mir genommen. Und meine Kinder hat vielleicht die Zukunft genommen. Oh, ein bisschen düster für eine Kindergeschichte. Aber okay. Sag mal, gibt's hier irgendwelche Kisten? Nicht, oder? Das ist mein Mädchen. Hier bin ich, mein Schatz. Hallo. Takshmana. I'm here. Sammle die Masken-Teile. Äh. Wo ist er denn? Wo ist denn die Maske? Ah, hier. So, Freunde. Wir haben alle drei Teile jetzt gesammelt. Ich fasse es ja nicht. Und das heißt, wir gehen jetzt zum Endbus. Das letzte Stück. Ich wusste, dass du es schaffst, Papa. Ich wusste, dass du perfekt bist. Schnell. Alle warten auf dich. Alle warten auf dich. So, jetzt müssen wir da ins Große... Ja, ins Große... Das ist eine ekelhafte Religion, die auf Schmerz und Ausbeutung passiert. Ist die das? Und ich lasse nicht zu, dass sie unserer Tochter dasselbe antun. Die habe ich noch nie gesehen. Hat man die mal gesehen? In Far Cry 4? Ich weiß gar nicht. Ich hole mir auf jeden Fall noch die Kiste. Stimmt, die Tempel. Nehmt alles mit, was verkäuflich ist. Oh, guck mal. Hier geht es rüber. Aber da geht es doch nicht zum Tempel, oder? Ne. Da geht es zum Tempel. Da müssen wir Wendern rüber. Die Artefakte wurden eingeschmolzen und zu Statuen des Königs verarbeitet. Denn in Wahrheit war die Göttin dem König vollkommen egal. Er war nur eifersüchtig. Er wollte, dass er von allen geliebt wird. Wie die guckt, Alter? Ach so, die macht hier... Die betet hier irgendwas. Ach so, weil er dir die Hand drauf hat. Ich habe den Typen gar nicht gesehen. Hatte für seine Taten den Tod verdient. Den gar nicht gesehen. Ende. Okay. Abgeschlossene Erinnerung. Gott spielen. Ich hole mir mal schnell die Kiste. Und dann geht es... Deine Psyche bricht zusammen. Deine Psyche bricht zusammen. Dich herum in der Zerstörung getroffen wirst. Äh, beeile dich und bringe alle Teile von Bargans Mask... Okay. Wir machen das doch nicht. Ich gehe wieder hoch. Ich gehe zum Verlass direkt. Vielleicht... Guck mal, da drüben ist eh noch eine Kiste. Die leuchtet mich ja direkt an, Alter. Sag mal, ne? Hallo?